Und bitte! XXXLutz, der mit dem roten Stuhl. Echt jetzt? Der mit dem roten Stuhl? XXXLutz, so würde ich wohnen. XXXLutz, ich bin wieder zu Hause. XXXLutz, mein Möbelhaus, mein Online-Shop. Und deins auch. Und meins auch. Nein, deins. Sag ich ja. Und meins auch. Hey, du da! Und deins auch. Okay, cut. XXXLutz, mein Möbelhaus, mein Online-Shop. Hier kriegt mich keiner weg.